Bald ist es wieder soweit. Der Med.at, das Aufnahmeverfahren zu den Studien Human- und Zahnmedizin an den Med.unis Wien, Innsbruck, Graz und der Medizinischen Fakultät der JKU Linz findet statt. Eine erfolgreiche Absolvierung ist die Voraussetzung für die Zulassung zum Studium. Die Registrierung erfolgt während der Anmeldephase über die Webseite. In dieser Zeit ist auch die Kostenbeteiligung zu bezahlen. Eine sehr gute Testleistung ist für einen Studienplatz notwendig. Es gibt aber keinen Mindestpunktewert. Studienplätze für Humanmedizin werden nach Kontingenten vergeben. Daher ist auf die korrekte Einordnung zu achten. Auf der Webseite sind neben generellen Informationen auch Tipps für die Vorbereitung und offizielle Übungstests zu finden. Kostenpflichtige Unterlagen oder Kurse sind somit nicht nötig. Jetzt informieren. Medizinstudieren.at